Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Hier Runde 6 bei Bridge Constructor. Wir müssen jetzt unsere Brücken werden bombardiert. Und unsere Aufgabe ist, verstärken die Brücke. Mindestens 3 Einheiten müssen die Brücke überqueren und rette 5 Einheiten. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Diese fiesen Orgs greifen unsere Brücken mit Felskugeln an. Dann starte die Simulation, um zu sehen, wie die Felskugeln die Brücke zum Einsturz bringen. Gehe dann wieder zurück in den Baummodus und verstärke die Brücke so, dass sie nicht mehr einsturzt. Okay, schauen wir uns die Simulation einfach mal an. Erste, zweite. Also, haben wir gelernt. Und damit stürzen wir. Gut, gehen wir zurück in den Baummodus. Das heißt, die hier wird nicht lang. Dann ersetzen wir sie einfach durch den Stein. Einmal. Zweimal. Maximum ist erreicht. Schauen wir nach. Der erste kommt an. Der zweite kommt an. Solange jedoch keiner direkt auf unsere Einheiten runter geht, sollte das kein Problem sein. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier, fünf. Na komm. Sollte ich ja auch noch drin. Gut, fünf Einheiten sind gerettet. Wir haben damit den Goldmodus geschafft. Und ja. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ja, passt schon. Uns interessiert jetzt mehr die Geschichte. Die Versorgung der Burg mit den wichtigsten Gütern ist wiederhergestellt. Lasst uns König Harald davon berichten. Okay. Das wird nächste Runde sein. Ja, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen dann zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor. Mit der Brücke Nummer 7. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.